70 Euro für einen Selfiestick macht den Androbil Magnet Selfiestick wohl zum teuersten der Welt. Kann er wirklich sein Geld wert sein? Das wollen wir uns heute in dem Video mal anschauen. Fairerweise muss ich sagen, dass das Wort Selfiestick dem Ganzen nicht wirklich gerecht wird. Du kannst mit dem Androbil so unglaublich viel mehr machen, als ich anfangs gedacht habe. Egal ob du Content für YouTube, TikTok, Instagram oder Facebook erstellen willst, der Androbil sollte dein erster Kauf sein. Er verwandelt dein Smartphone in ein voll ausgestattetes Produktionsstudio und bietet unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Und dann erscheinen 70 Euro noch gar nicht mehr so viel. Ich produziere jetzt seit vielen Jahren Content für verschiedene Kanäle. Mein bester Kanal erhält Aufrufzahlen von teilweise mehr als 10 Millionen Klicks pro Video. Natürlich habe ich eine Menge Equipment und es hat auch eine Menge gekostet. Mir wurde aber irgendwann bewusst, dass ich den Content für meinen TikTok-Kanal 3ShellGame zum Beispiel problemlos mit dem Smartphone erstellen kann. Auf einer Suche nach einer kompakten All-in-One-Lösung bin ich dann über den Androbil-Stick gestolpert. Durch die Möglichkeit, in die Gewinde links und rechts zum Beispiel jeweils Licht und Ton anzuschließen, verwandelt er sich in ein voll ausgestattetes Studio. Außerdem passt jetzt alles, was ich brauche, in die mitgelieferte Tasche vom Androbil-Stick. Du kannst selbstverständlich aber auch eine richtige Kamera oder eine GoPro auf dem Stick montieren. Die Tasche ist überraschend hochwertig, muss ich sagen, und bietet Platz für mein rote Misch-Mikrofon und mein Godox Tube-Light. Ich würde beim Licht aber in Zukunft eher auf etwas Kleineres setzen. Mein Smartphone habe ich ohnehin einstecken und bin mit dieser kleinen Tasche nun völlig flexibel und kann an jedem Ort innerhalb von ein paar Sekunden anfangen, Content zu produzieren. Guter Content braucht kein teures Equipment, das müsste jeder wissen. Aber wenn du dich von der Masse absetzen willst, dann fang zuallererst mal an, deine Linse vor dem Drehen eines Videos oder vor dem Schießen eines Fotos sauber zu machen. Den Fehler sehe ich immer wieder. Und als zweites besorgt dir so ein Androbil-Selfie-Stick. Er lässt sich super weit ausziehen, was dir völlig neue Möglichkeiten gibt, um aus anderen Winkeln, Höhen oder Tiefen kreativ zu sein. Denn so einen Arm hat jeder und darum sieht auch alles gleich aus. Und bitte keine Duckfaces mehr. Auf dem Konzert, anderes Beispiel jetzt mal an der Stelle, filmst du einfach über die Menge hinweg. Gleiches gilt natürlich auch für Sehenswürdigkeiten, bei denen viele Menschen davorstehen. Jeder kennt das Problem aus Paris. Außerdem wird das Bild viel stabiler und schöner, wenn du dein Smartphone an einem Griff im 90-Grad-Winkel hältst. Alles wirkt einfach viel natürlicher als mit den kurzen T-Rex-Ärmchen, die uns angeboren sind. Nehmen wir mal an, du machst einen Vlog und läufst so me not you not durch die City und jetzt kommst du zu einem Café oder zu einer netten Bank und willst dich setzen. Wie cool ist es dann, das Smartphone samt Selfie-Stick entweder auf den Boden vor dir oder auf einen Tisch stellen zu können. Bei dem Androbil beides möglich, weil er sich ja ausziehen lässt. An dem Tag, an dem ich gedreht habe, wird ein furchtbarer Wind und trotzdem steht der Stick wie eine Eins, wie angemeißelt. Und mein Handy ist es aktuell größer am Markt. Damit will ich nicht flexen, sondern mir einfach nur nahe bringen, dass hier dem Wind die größte Angriffsfläche geboten wird. Am Fuß selbst befindet sich auch ein Fernauslöser, mit dem Schnappschüsse aus großer Höhe oder weiter Entfernung gelingen. Der Bluetooth-Fernauslöser ist übrigens auch abnehmbar und funktioniert wunderbar bis auf 15 Meter. Du kannst bei Selfies jetzt auch einfach eine ganze Gruppe mit aufs Foto nehmen. Und jeder ist mit drauf, da keiner von weiter weg das Handy halten muss. Wenn du den Stick in der Hand hältst, wirst du auch feststellen, wie sich der Preis zusammenstellt. Da wackelt nichts, da klappert nichts, er wirkt insgesamt sehr hochwertig und ist mit 450 Gramm trotzdem nicht allzu schwer. Dein Smartphone kannst du in Sekundenschnelle wahlweise magnetisch oder mit der Klammer befestigen. Die neueren Smartphones haben alle eine magnetische Rückseite, sodass du nichts extra installieren musst. Für ältere Modelle liegt aber zusätzlich ein Magnet mit bei, den du dann auf deine Hülle oder auf dein Smartphone direkt kleben kannst. Ich persönlich würde mein Smartphone magnetisch nur verwenden, wenn ich diesen aufkleben würde, da die Smartphones selbst nicht super die magnetischsten sind. Da kommt es aber auch immer auf das Gewicht des Smartphones an. Schön ist auch, dass du innerhalb einer Sekunde von Hoch auf Querformat wechseln kannst. In einem Moment machst du ein Selfie im Querformat und im nächsten ein Reel im Hochformat. Ich nutze den Stick auch tatsächlich viel zu Hause für mein Smartphone. Oft an der Couch, aber auch auf meinem Schreibtisch, wenn ich mein Smartphone als Kameramonitor nutze. Du glaubst nicht, wie lange mich das vorher genervt hat, dass mein Smartphone ständig weggerutscht ist. Den Kopf oben kannst du selbstverständlich nach vorne und nach hinten neigen und mit der großen Fingerschraube ordentlich festdrehen. Lustigerweise kam dieses libanesische Pärchen gerade vorbei, um Fotos und Videos von ihrem Baby-Geschlechts-Reviel zu machen. Also da, wo man die Luftballons platzen lässt und dann sieht, was es ist. Oder die Torte anschneidet und dann ist die Torte innen rosa oder blau eben. Die hatten so einen Luftballon dabei mit farbigen Schnipseln, den sie platzen lassen wollten. Drinnen sind so Schnipsel entweder in rosa oder in blau, damit du eben siehst, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und die fragt mich, ob ich denen helfen könnte, weil ihr Smartphone, das wurde so im Müller immer lustig angelehnt, ständig vom Wind umgefallen ist. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Treffende hätte die Situation ja nicht sein können. Leider habe ich davon keine Aufnahmen machen können, weil meine Assistentin, der ein zweites Smartphone halten musste, weil sie zu ihren Fotos auch noch ein Video wollten. Ich kann euch aber versichern, dass sie restlos begeistert waren vom Androbil. Das toppte nur noch die Begeisterung über die Tatsache, dass es jetzt ein Mädchen wird. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, falls ihr das hier sehen solltet. So, jetzt aber genug von dem kleinen Begleiter geschwärmt. Wenn auch du so ein Produktionsstudio für die Hosentasche suchst oder einfach nur gerne bessere und besondere Fotos und Videos für deine Familie machst, dann habe ich den Stick unter diesem Video hier für dich verlinkt. Natürlich wie immer ein Affiliate-Link, bei dem der dicke Onkel auch ein paar Cent abbekommt. Dich kostet es natürlich aber nichts extra. Du hilfst mir damit trotzdem sehr. Gerade Stand heute gibt es wohl auch 5 Euro Rabatt auf den Stick, kann aber wohl auch mal 10 sein, habe ich schon gesehen. Wie immer gilt, ich habe euch lieb und wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Holly. Ciao. 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 Vielen Dank.